die Schiffen zum Bekommen zu dem Video um ich bin im Stall die hat gestern was in der Mutter ausgeprägt da war auch noch die Lämmer drin wo wir eigentlich schon mit ihr habt die Lämmer rausgeholt zugelegt aber jetzt ist es irgendwie komisch ausfällig oder ich hab's gestern Abend nicht mehr gesehen also dann die Lämmer dann gestern auch noch ein bisschen viel zu trinken, aber jetzt schaffen sie es ich weiß jetzt nicht was das hier ist irgendwie sieht das komisch aus das kann auch sonst nicht sein, dass es einfach noch geschwollen ist und das nimmts gleich mein Papa ja ojo aber es sind hübsche Lämmer wie gesagt ist einmal ein bisschen blöd zum trinken ja der hier hat's gerallt aber der jetzt auch der da perfekt äh da ist er verpixelt das was da raus hängt das hier ist gut das hier ist die Nachgeburt hier auch das hier ist es wirklich komisch aus wie so ein Popo sieht das aus weiß ich nicht wissen wir nicht was das ist also ich hatte es gestern ja auch zugenäht das ist nicht schlimm, das ist aber den Lämmer trinken, das ist schon mal gut ihr habt ja gestern Abend auch nicht angenommen also angenommen in dem Sinne von abschlecken aber jetzt hat sie es gemacht trinken auch bei ihr, lässt sie auch trinken, schnüffelt auch ab also alles gut die Arztin war da hat äh hier sieht man jetzt nicht mehr so eine Beermutter rausgeholt die stank auch schon okay ist nicht eklig hat sie hinten noch ein bisschen geschwellt das halt weil sie gestern die Scheide rausgedrückt hat Gebärmutter rausgedrückt sonst verriegst sie sich jetzt schon wieder deswegen ist es da hinten noch ein bisschen geschwollen Antibiotika gespritzt muss auch noch die nächsten drei Tage spritzt werden no sonst ist jetzt eigentlich alles wär gut erst mal finden noch die zweite nach Geburt auch noch kommt die schon gestern gekommen ist ähm da müssen wir ein bisschen diesen Fädenfaden die sie einfach da ein bisschen lösen dann rausholen und wieder zumachen dass irgendwie so ein ja Fingerchen da reinpasst genau das war es eigentlich was wir machen müssen schauen was sich noch ergibt im Laufe der Teile so die kleine sind jetzt drei Tage alt ähm ähm da geht es mir gut die Schwellung ähm schwellt auch langsam mehr ab mal trinken und ich da jetzt ein bisschen neues Holz das ist drin das ist was ist das ist Eigentlich recht gut gingenjert, obwohl ich finde, dass der ist dünner als der andere. Er hat aber was im Bauch, wenn ich jetzt fühle, hat er was im Bauch, du hast auch was im Bauch. Ich finde, der macht auch so einen Buckel, aber vielleicht geht noch mal mit Papa darüber und vielleicht wird ihm eine Flasche zugegeben, weil auch nur ein Euter funktioniert, wo er gerade dran trinkt und das andere ist abgestorben. So, ich habe mit Papa gerade telefoniert, er ist ja noch arbeiten und er meinte, ich soll ihm jetzt eine Flasche machen, schickt mir einen Link, wie viel ich dafür brauche. Ja, wie gedacht, hier die Flasche, wenn wir mal sauber machen, mache ich jetzt vielleicht sauber. das ist hier. Ich meine, hier ist das... Hallo, wo gehst du auf? Ist hier das Pulver drin? Ja. Ja. Hier ist das Milchprover drin. Boah. Das hat irgendwie immer so ein... und das ist hier so ein bisschen drüber und da ganz viel. hier. Hier. Das nehme ich nach oben, dann wicke ich das ab, dann fühle ich das in die Flasche rein, dann gebe ich das in die Flasche rein. So. Ich bin schon fertig, ich mache mit Noahs rein, ne? Also, ich habe hier die Flasche. Und hier habe ich noch eine und das Lamm. Tsch, 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 tsch. Und es ist noch ein neues Schaf zugekommen, das gehumpelt hat. Was Papa dann die Klau geschnitten hat. Und deswegen ist es im Stall, weil es so krass gehumpelt hat. Also das hatte hinten und vorne Eiter drin. Und das hat jetzt im Stall auch gelangt. Also das hat auch einen Lamm gekriegt vor... Donnerstag. Festwoche Donnerstag. Genau. Deswegen, dem geht es gut. Und deswegen kommen die jetzt raus. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und einen Kommentar gerne, wenn ihr es möchtet. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und es würde mich halt auch unterstützen und zeigen, dass... Leute sich für das interessieren, was wir machen. Du hast auch ein Böckchen, ne? Ja, und das ist ein Mädchen. Das ist natürlich sehr, das wisst. Das ist so schwer. Ja, als ich mich. Und das ist so schwer. Wenn ihr uns Huden aufb tought, Wenn ihr Geld mit in die Herren. Die sind so schwer. Hüter, die sind aus. Dann spüren und spüren. Oh Gott. Ich bin hier. Ich habe habe den schlimmsten. Oh, he loves them. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Nahtchen. Kasten? Ja. Und dann würde ich die beiden Juden nehmen. Super. Und in den Soßen ist du jetzt auch fast gar kein Strom auf den ganzen Netzen. Wie wärs so hoch ist das Gras oder was? Ja, aber das ist aber wieder zugewachsen, ne? Du hast jetzt frisches Futter drauf, da brechen sie nicht aus. Das andere hat durch jetzt auch abgefressen. Und ein kleines Stück nur noch, ne? Ja, und wenn ich immer den Strom ausmacht. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020